Mal die Rolade hochgemacht, damit man ein bisschen sieht, ne? Ja, hm? Ich finde das prima, Mieze Katze, dass du so mutig bist und mit den Hunden keine Probleme hast, ne? Ja, prima ist das, ne? Oh, ich sehe gerade, ich muss noch ein schnauziges Kissen frisch beziehen, ne? Der Bettbezug gerade frisch gewaschen. Ah, genau, putze ich mal Gally. Hm? Ja. Hm? Aber mit dem Kissen war doch echt Fügung, ne? Hat die Eva bestimmt gewusst letztes Jahr, dass du kommst, ne? Hm? Dein Lieblingsplatz. Hier, hallo, hallo, hier bin ich. Hm, ich habe gar keinen Katzen gespielt. Ja, ich habe ja gar nichts hier, ne? Meine sind schon zehn Jahre alt, die spielen nicht. Haben auch nur als Kinder gespielt, ne? Danach nicht mehr. Ja, Kali, der kommt davon, wenn man die Mama bis drei Uhr nachts wach hält, dann ist man tagsüber K.O., ne? Parallel putzing. Ich weiß noch nicht. Ja. Hihihihi. So. Mhm. Mmh? Vielen Dank.